Hi, ich bin Yannick, oder einfach The Brain, oder andersrum, wie auch immer. Wir spielen heute ein kurzes Indie-Horror-Game. Dafür seid ihr hier. Freunde, wir spielen Swallow the Sea. Das heißt, wir verschlingen den See. Oder der See verschlingt uns. Man weiß es noch nicht ganz genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Without further ado. Schauen einfach mal, was hier passiert. Ich bin sehr gespannt. Hold left to move. Okay, wir sind so ein Kaul-Quappen-ähnliches Ding. Tap right to dash and smash. Oh, dash and smash. Ich im Club einfach. Dash and smash. Okay, und wir essen kleine Dinge. Können wir die auch essen? Gormer. Gormer. Oh, da sind Stacheln. Oh, Stacheln sind nie gut. Stacheln sind immer gemein. Jo. Das habe ich im Bio-Unterricht gelernt. Das ist irgendwie so, ähm, ne? Äh, Mithose, Maiose. Kennt ihr noch den Golgi-Apparat, Freunde? Ganz großes Ding damals. Müssen wir den jetzt irgendwo hier an die Stacheln hauen? Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich will dich da nicht gegenhauen. Du oder ich? Aua. Anscheinend du. Okay. Asshole. Ah, vielleicht kann der uns dagegen schmeißen. Wenn wir genug gegessen haben. Der isst uns halt auch einfach unser Essen weg, ne? Das ist schon asozial. Kannst du uns dagegen schmeißen? Ah, wir kommen auf jeden Fall durch. Hell yeah. Werden wir jetzt die ganze Zeit von dem Ding verfolgt? Naja, außer wir werden größer als er, ne? Dann können wir den essen. Mein Freund. Ne, wir können den nicht essen. Ist nicht unser, ist nicht unser, unser Ding, was wir mögen. Was seid ihr? What the fuck? Der Ozean ist gruselig. Ohne Scheiß können wir sowieso mal einmal kurz darüber reden, wie unfassbar gruselig der Ozean einfach ist. Es gibt so viel, was im Ozean noch nicht entdeckt ist. Kannst du mich bitte nicht ansetzen. Ah! 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 Ich glaube, mir fehlt noch ein... Der Rote macht mir voll Angst. Und? Ah! 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 Oh Gott. Okay. Unten ist doch ein oranges Ding, was immer größer wird. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich kann aber noch nicht oben durch. Okay. Ich habe alle hier, die ich brauche. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch irgendwie in Ruhe nach oben kommen. Ich hoffe, mich anzusaugen. Ja, Mann. Ja, Mann. Hell yeah. Gott, ist das gruselig. Ah! Ich will... Ich will... Ich will nicht gejagt werden, bitte. Ich werde aber gejagt. Wer macht denn solche Viecher in ihrem Spiel? Das ist auf jeden Fall ein Horror-Game! Schnell hier alle großen Sachen sammeln. Boah, das war... Das war MLG. Scheiße. Komm her. Uns fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, wir sind ganz links da, wo gerade alle Monster sind. Please don't hurt, he hurt. Ich kann jetzt die essen. Holy shit, das ist krass. Aber ich glaube, noch nicht euch. Was entwickelt sich gerade eigentlich in diesem Ding hier? Ja, die werde ich noch nicht essen können. Die sehen... Die sind so eklig lang. Die sehen aus wie so ein richtig kleines, ekliges, dickes Würstchen. Aber die haben Angst vor mir. Kann ich die schon essen? Das wäre ja insane. Kann ich da... Ich kann auf jeden Fall hier... Ha! Ha! What the fuck? Was bist du? Ich kann die echt essen. Was? Zur Hölle. Jagd uns hier gerade. Da oben ist noch einer. Müssen wir jetzt vielleicht da rein, wo er herkam? Ey, dass wir die zerfetzen können, ist anders krank, Alter. Vor denen hatte ich mal Angst. Jetzt esse ich die einfach. Als wäre es nix. Okay, wir gehen hier rein. In sein Habitat. Es macht sch grad... Oh! It makes the hum-hum! I don't like the hum-hum. No! Die Sense! Ah! Oh! 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 Da kommt er nicht durch. My heart. Ich war über dir. Du hast mich gar nicht gegessen. Oh Gott. Ich weiß den Schwanz, wenn es sein muss. Von wo kommt er? Wo bin ich jetzt? Okay. Alter, auf was für einer Mülldeponie sind wir hier eigentlich? Ich versuche gerade die ganze Zeit Worte zu finden für das, was hier gerade eigentlich abgeht. Aber I can't. Jetzt essen wir Kleine, die mal so waren wie wir. Wir werden quasi Kannibalen. Oder so. Oh Gott, der ist schon eigentlich voll angewachsen. Selbst den essen wir. The fuck? Was spiele ich hier? Freunde, ihr würdet lügen, würdet ihr jetzt nicht sagen, ja genau das ist das, was ich hier auf diesem Kanal erwarte. Doch. Genau sowas erwartet ihr hier. Alter, ey, die sind schon richtig groß. Und ich esse die einfach. Wir brechen hier gerade irgendwie die ganze Zeit Knochen. Oder so. Oh. Okay, bist du der Letzte? Noch nicht ganz. Einer fehlt noch. Vielleicht sogar noch zwei. Zack. Was sind wir? Was werden wir? Einfach ein Baby-Dino. Na, habt ihr Angst? Ich bin ganz oben in der Nahrungskette. Ich esse alles. Nicht dich! Alles bis auf dich! Vollkommen richtig. Was meine, wann kann ich den verspeisen? Ich glaube, bis ich den essen kann, das dauert noch ganz schön lange. Kann ich selbst ihn jetzt essen? Wir essen richtigen Embryo gerade schon. Heilige Scheiße. Wie soll ich meiner Mutter erklären, was ich hier gerade spiele, Freunde? Wie soll ich ihr das hier erklären? Was sage ich ihr? Wir essen sein Junges? Wir essen sein Junges? Nein! Ich esse in meinem Leben nie wieder Fischstäbchen. Ich esse in meinem Leben nie wieder.